gerade und das haben überlegen dass er hier weg zu machen also abzusperren aber ich glaube es ist schon zu spät und weil die auch noch runter wir bauen hier gerade den gang das ist aber viel zu viel wasser wenn das ist alles darunter fliegt dann war's das was war's dann ja dann können wir da nicht mehr runter weil da alles voll mit wasser ist ja dann suchen wir uns eine andere Höhle Flatsch ja dann lass es mal mit dem abfließen jetzt ja aber dann müsst ihr jetzt aufpassen wenn ihr da rein wollt immer lieber wieder hoch okay das ist die Höhe wo ich den Stein machen muss ah ne ist ja noch alles trocken das ist gut dann mach ich hier mal das Wasser weg oh mein Gott hey Claymy mach weiter jo nicht faulenzen Sklave oha menschenskinder so faul der Claymy achso ich mach die Seite wow ich hab einen riesen Bergkopfer gefunden den baue ich gleich ab daraus können wir gleich hier Claymy etwas machen hooray können wir einen Pulli strecken Claymy du bist langsam hab ich das schon mal erklärt das kann ich erklären ich brauche nur noch 4 Goldwaren dann hab ich dann hab ich dann hab ich das kann ich erklären du bist runtergefallen nein Schleimvieh das ist besser total ist jetzt schon fast 1000 was steht überhaupt ach er stimmt weil dann die da oben tausend die Tömer ist oha das ist so wie es ja 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 verdammt verdammt ich mache mal weiter mit dem Haus so spielt das wieder in halbgeschwindigkeit bei mir tsch tsch ich mache weiter mit dem Haus ne hm machst du das und jetzt leckt er wieder perfekt wer leckt ey nicht mit dem Haus weitermachen Peller hä ich glaube du hast noch ja gesagt ja ja ich weiß was ich ja gesagt hab aber ich hab nicht nachgedacht als ich ja gesagt hab also wie immer stirb Skelett so wie immer du sagst das ich denke niemals nach nachdenken ist nur was für Luschen nachdenken wird überbewertet das sehe ich genauso du hast mir den Weg zum Bummerrang machen versorgt oder nur drei egal passt schon passt schon oh das tut mir aber leid ja bau du mal den Gang bitte weiter nach unten ich mach's nur lange Gott jetzt wo es tat sieht man die ganzen Löcher in der Wand ist ja schlecht nicht zubauen du egal passt schon warte ich reiß weg passt schon wie gesagt ach egal sind halt Löcher in der Wand oh what the fuck kann man links einfach durchjumpen oder so Schock halt den fetten Schleim zu mir ich komme fetter Schleim oh hier ist Eisen ja das Eisen zumindest bei mir ist auch Eisen die ganz oben ist noch Eisen haben wir übersehen ich brauche jetzt auch erst mal Eisen ab ja ich auch warum halte ich einfach mal ein kleines bisschen noch zurück wo zurück halte ich meinen hier zu mir zu kommen weil er will alles für sich haben ja hier sind ungefähr 5000 Schleime ne ah das heißt ich soll ich soll die Tür aufmachen ne das wäre ein bisschen schlecht wenn du das jetzt aufreißen würdest ok ich mach sie auf dann wäre der ganze Tunnel jetzt hier voller Drecks Monster äh Mother Slimes Mother Slime das nennt mich immer Mother Brain so von Metroid Alright ja und hook hook weg mit dir verdammt ich drücke mal auf ein paar sind nicht auf ein anderes Fenster und dann geht mein FPS hier runter wie gut das hier so n... so n... so n... so n Block mit so 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 ich hab wieder riesen Lags verdammt ich fall einfach mal links komplett durch da ist nix perfect das heißt oh das... das... das war meine Plattform Dany was Slime ja das mit dem Death Counter wird ne ziemlich eindeutige Sache oder? mhm ich hab eindeutig gewonnen äh ja wenns nach der Anzahl der Tode geht hehehe Tom ich brauch mir hier deine Hilfe gleich oder ich ich zerdepper hier bloß schnell alle Truhen ja das Kupfer muss ich nicht abbauen Kupfer lohnt sich nicht so sehr Dany was 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 das gleich komplett Flute Na ja ja wie soll man... wie soll man denn da runterkommen? ja indem du mich einfach da unten arbeiten lässt oder wenn komm da diese scheiß Plattform endlich hin machen würde ja mach ich gleich bin du am erkunden muss erkunden erkundungszwang ich will so nen Miners Helm ey ich will endlich hier keinen scheiß Mutterschleim mehr haben der versperrt mir die... den Weg oha komm Wurm oh hier sind noch ganz viele Mutterschleime wenn du willst kann ich hier noch welche schicken ne das wär nicht sonderlich nett wieso brauchst keine Nö weil ich dann sterben würde ach so ach so ja oh man ey ich muss meine Entsagen dahin bekommen Entsagen dahin uff ok ich bin wieder raus ich komme ich hab keinen Bock mehr auf diese Höhle die ist gefährlich das war nicht schlau das sind ganz viele Schleime wie soll ich denn da rauskommen ja ich buddel mir mal oben den Gang zu euch rennen hier genau hier muss ich nicht zu den Schleimen da da ich habe da mal paar Plattformen mehr gemacht so 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 hoch es kommt ein Schleim rein nicht dass du dich wunderst. Achtung, warte, warte ich bin tot hey du hast dir einfach so eine blöde Zelle gebaut Fiesling so, na, heil mich mal, danke äh, bring mal paar Plattformen mit wir haben mal ganz cool für Jürgen naja, Plattformen, kein Problem und töte mal diesen Mutterschleim hier hey, das kannst du auch machen ja hi 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 okay, ich mach das von unten mit der Plattform der FPS ist jetzt wieder auf 30 runter, wieso eigentlich warte, mach eine Sekunde wieso nicht in den Mutterschleim soll ich jetzt töten? ja, stimmt ich hab meinen tollen Bumerang stirb Mutterschleim 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 hey, da drin liegt Geld rum ah, das war meins lol, ich hab ein Gold hier sind aber keine Kisten leider ich hab eine Küste ich hab eine Küste boah, hier ist Kupfer ohne Ende und Gold nice da unten war noch ein bisschen Gold Achtung, Wasser jay, Kupfer und Gold jay, Kupfer und Gold ich hab bald eine Gold Spitzhacke machen dann kriegst du meine gibt's ja nicht noch was besseres als goldene Spitzhacken Dani, du Penner aus Obsidian das ist meins ich will eine Gold Spitzhacke machen können, ey jajajaja du Klauer du klaust wie viel Golderz hast du? äh, eins gib mir das mal bitte ich brauch das, ich hab nur elf dann kann ich mir nur drei Waren machen, danke oh mein Gott, ein Skelett da will ich nicht hin wird mal Zeit für nen neuen Hut für mich, glaub ich, oder? das kann sein der holt sich ziemlich gammeläger aus so'n, wie so'n Haufen wie so'n Haufen du sagst das so perfekt so'n Eisenhaufen äh heul nicht Wasser runterlassen ich mach mal bis in Wasser lassen ha 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 die Sasse sind Plattraum hier nicht ja, vergiss es so'n Haufen ey, yo, was ist denn hier in dem linken Raum drin? irgendwie oh, Pilze, Pilze, Pilze Pilze, wir brauchen Pilze blaue Pilze lol, und da ist fette Mutterschleim das ist, das ist also quasi ne neue, ähm nein ja, kommt auf den Hin- äh, du musst auf den Hintergrund gucken dann weißt du, ob das ne neue Etage ist okay kann sein, dass wir einfach nur Pech hatten und wir keine Höhle gefunden haben macht ihr den Mutterschleim kaputt ich mach das mit nem goldenen Schwert krepiert flatsch da mit seinem Eisenschwert ich mach mal da oben noch, ähm das Ding kaputt tisch das ist viel effektiver das ist im wahrsten Sinne im wahrsten Sinne des Wortes ein Hexler komm Monster, hüpft rein Pilze für alle, wow die kann man einfach raufheben wie geil ist das denn? glowing mushroom ach, die kann ich nicht mehr aufheben weil ich kein Platz mehr im Inventar Steinwand weg damit und, ähm kann man die rampfen? oi oi oi, jetzt ich hab keine geknickt das Gold brauch ich ey, ich will aber auch ne goldene Spitzhacke ja, ich brauch nur eine ich hab sie fast ja, ich bin die eigentlich die Person, die es am meisten benötigt du kriegst jetzt meine Silberspitzhacke sobald wir wieder oben sind ich leuchte euch ich hab jetzt 8 Gold, äh, Erz ja, ich hab 35 Gold Erz das reicht für mehrere Spitzhacke äh, wir sollten die ganzen Pilze hier mitnehmen das wäre nicht schlecht weil die heilen 50 live ja, wie kann ich die aufheben? indem du sie einmal haust ja, ja, anhauen und dann einmal drüber laufen ich muss ja mal irgendwelche Shortcuts machen von wegen von wegen Pilzenmampfen ich hab noch mein Schwert drin fällt mir grad auf oh, hier ist noch mehr Gold auch grad gesehen das hab ich zwischendurch immer so komische Lags ich weiß nicht woran das liegt also ich mein nicht Lags im Sinne von Lags an Lags im Sinne von PC stockt tja, du brauchst nen neuen PC ja genau ich bin dafür, wir gehen wieder zurück wow, hier unten geht's aber noch weiter ja, aber da gibt's nix wichtiges in unserer anderen Höhle kommen wir ja auch da hoch da unten sind eigentlich nur Skelette hast du deinen Eimer dabei? ja dann nimm mal Wasser mit bei nem Sekunde was wollten wir damit nochmal machen? ach so, ja, fürs Abfangen oder genau, Spinnennetz können wir ja nehmen und unten da hinplacen yo, ich hab noch neun Stück wenn ihr da wegbraucht ich brauche ja, da wo der auf mein Wasser oh mein Gott bummerangrockt ich muss noch mal eben hier die Höhle zu den Eingang zur Höhle versperren wir wieder einschleim zu mir will ich komme hier nicht hoch